Buongiorno tutti, Kaffeefreunde, herzlich willkommen bei Kaffeeservice Celano. Heute habe ich extra für euch die Kamera ein bisschen nahe gebracht, damit ihr sehen könnt, wie einfach es ist, so mit einem Profi-Cappuccinatore einfach zuhause Milch aufschäumen kann. Wirklich jeder kinderleicht, 10 Sekunden ist fertig. So, erste Regel. Einfach Kondenswasser ein bisschen rauslassen, brauchen wir einen Lappen, machen wir so. So, Kondenswasser ist raus, stellen wir unsere Milchkanne runter, aufmachen, guckt ihr, wie sich rausdrehen, also diese Geräte sind wahnsinnig stark. Guck mal her, wir sind fast fertig. Temperatur, also in 10 Sekunden, 15 Sekunden, wahnsinnig, fertig. Zack. Und haben wir für immer zuhause eine wunderschöne... ...Cappuccino, Espresso, Milchaufschäume und so weiter. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst ein dicker Like. Bis zum nächsten Mal, Orete, Sinica Antonino. Ciao!